Musik 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 Ich büße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront und am in die Show Yo Yo Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront Ja Ja Nein 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 Alles gut Transport In Juba Erster Kill Zweiter Kill Das ist nicht irgendwie an Ernie und Bär Das war so ne richtige Dioxys So ne richtige Ernie und Bärtsprache Ich seh gar nichts Er nascht ihn nicht er denkt sich nö Das war kann Was ist denn mit dem Typen los Was ist denn Ich sehe zu dass der Uh der war gut Ja der hat Glück gehabt eventuell sogar Tiny Abroad Abroad Was ich hab nur drei Kills Aber erster Kill Zweiter Kill Achja Manchmal ist man nicht ganz klug Wir haben die Kontrolle über den Transport verloren Dullig Dann holen wir uns den Kontrolle eben wieder Ist doch überhaupt kein Problem Ich seh da jetzt nicht das Problem da drin ne Ich glaube man muss hier lang Wenn nicht dann hab ich eben verkackt Ja man muss hier lang Aber hier sind halt auch tausende die halt alle passieren Scheiße das Han Solo Ich bin zu dumm Ich bin zu dumm Tiny Abroad Ist sofort bausig Na ja Han Solo Besser konnte ihm auch nicht kommen Das ist einfach optimal dafür Hier würde Obwohl nehmen die Nugend vorziehen Sorg dafür Da musst du nichts machen Da kannst du chillen Kannst du tun als würdest du die Impulskanone geliehen Aber im Prinzip Oh ja das sehe ich Scheiße, ich bin zu dumm, die Intelligente abzufeuern. Jetzt bin ich nicht mehr so bausig wie am Anfang. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Und ein bisschen Pech ist auch immer dabei. Tun wir, hoffentlich zumindest. Und den Cyclerusel. Hol' ich mir mal. Dioxys. Dioxys holt mich nicht. Niemand schießt durch. Keiner hat Lust. Das war eine knappe Kiste. Er hat mich nicht getroffen. Redo. Sehr schön. Ah Mist. Was? So schlecht bin ich? Das kann doch nicht wahr sein. Wie ist der Typ mit 5-4 besser? Komm, so schlecht bin ich nicht. So. So, jetzt kannst du hier nur dreimal im Kreis keken. Das war eine knappe Kiste. Ich wollte gerade selber mein Cycler-Riffle abfeuern und dann... Rebellen, worauf? Puh. Ey, ich komme ja immer weiter runter hier. Warum? Komm, ich bin echt nicht schlecht hier. Okay, aber die anderen sind halt auch ziemlich gut. Oh Mann, dann habe ich aber auch hier in der Runde Pech. Ganz ehrlich, so schlecht bin ich einfach nicht. Komm, ich bin nicht bei den 2-5-Typen. Aber der Typ mit 8-6 ist natürlich besser. Sehr schön. Ich bin auch dafür, dass der Transport bleibt, wo er ist. Jaha. Alles gut, bro. Natürlich ist es nicht vorbei. Leer gesichtet. Hier nicht, aber hier ist MQuiui. Den ich auch mal ganz easy sabotiert habe. Okay, hier war das im Prinzip unnötig. Oh, jetzt habe ich verkackt. Ah, ich habe ihr 50 gezockt. Mir doch egal. Ich habe ihr 50 gezockt. Oh Mann. Nur ein kritischen Assist. Den wir noch mehr kriegen können. Aha. Ja. Scheiße. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Ich treffe nicht. Und das war es dann. Hätte ich getroffen, dann wäre er down. Aber das Ding ist, er macht halt genau das gleiche wie ich. Was? Juba ist nicht offen? Warum ist Juba nicht offen? Jetzt muss ich ja hier rumlatschen. Jetzt feiert die Rebellen von dem Transportfern. Statt dass er zu dir zum Ziel hat, wir einfach hier rüber reinkommen. Jetzt gehen wir über das Juba-Tor. Wahrscheinlich gibt es diesen Gang gar nicht. Und sie haben sie nur entwickelt, damit, dass die Map ein bisschen besser ist. Ja, komm, das ist mal schon Glück und ich bin niemals so schlecht. Sorg dafür, dass sich dieser Transport nicht von der Stelle bewegt. Ja, dieser Nuna-Tori, der ist mir zwar besser, aber ganz ehrlich, so viel besser ist das nun auch nicht. Aber egal. Jetzt bin ich aber auch zu dumm. Ey, lächerlich! Das kann nicht wahr sein. Wie viel Glück haben die? Ich werde jetzt auch demnächst meine Aufnahme beenden. Dann gibt es eben nur weniger Folgen. Das ist mir dann egal. Muss ich halt nochmal zwei über... Was packt der hier überhaupt drum? So nervig. So. Ist nicht OP, diese scheiß Waffe. Nehmen sie gleich auch einfach mal. Einfach mal zum... Ey, wo soll man denn hier längs? Kann man hier längs? Ich feste es mal. Ja, ich glaube, man kann hier auch rein. Irgendwie ist das jetzt der Kratziggang oder... Ne. Es ist hier... Es ist nicht wirklich krasser. Dieser Viper sucht Rui, der nervt mich. Das war wohl echt so süß. Das war wohl echt so süß. Der Kampfer. Die Terminator ging im Prinzip ja voll durch. Die Terminator ging im Prinzip ja voll durch. Das war wohl echt krasser. Ey, ich bin... Ich kann sie nicht mehr holen. Ich kann... Sie nicht mehr holen. Wir haben den Transport verloren. Bringt ihn wieder unter Kontrolle. Schnell. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich hab nur Glück gehabt. Ja, herr. Mach ich doch. Okay, so lange, dann könnten wir den Transport aber dann tatsächlich mal stoppen. No, Mann, das ja gut. Sehr schön. Was? Niemals verdient er an der Stelle so schlecht abzuschneiden. Komm, der Typ mit 1510 war nicht besser. Der Typ mit 1915 war genauso und darunter sind deutlich schlechter. Also, naja, ich hab halt, äh, am Endeffekt nicht so viel, ähm, guiui. Hallo. Okay, ich sage bis zum nächsten Mal, bis dann, peoplez, ciao.